Musik Willkommen zu einer weiteren Folge, zu einem weiteren Türchen vom Adventskalender von Pechkeks. Grausige Weihnachten und wir sind heute beim Türchen Nummer 5 angelangt und das werden wir jetzt wieder zusammen mit euch öffnen. Die Nummer 5 haben wir nämlich hier unten, wie wir sehen, da ist nämlich ein Rentier und eine Zuckerstange. Da werden wir jetzt mal hier reingreifen. Da fliegt wieder der halbe Kalender durch die Gegend. Du kannst nicht immer Glück haben. Und da ist wieder dieses kleine komische Wesen. Und jetzt packen wir das natürlich wieder aus. Da fliegt gleich der ganze Keks um die Ohren. Wir machen den wieder auf. Oh mein Gott, der ist ja total so splattert. Und wir schauen mal, was heute hier drinnen steht. God hat wirklich einen seltsamen Sinn für Humor. Yeah. Das ist ja richtig gemein, richtig brutal. Ja, aber Gott, der hat schon manchmal besondere Anwandlungen. Und wir wollen natürlich auch wieder den Keks essen, weil der ist einfach so köstlich und lecker. Und dann war es das aber schon mit dem Türchen Nummer 5. Morgen Türchen Nummer 6 und morgen ist auch Nikolaus. Da freue ich mich schon besonders drauf. Also wir sehen uns dann morgen. Yeah.